Guten Morgen, guten Morgen, ähm, das Jahr und natürlich Kampagne fortsetzen. Wir wollen natürlich ein bisschen was machen heute, eventuell heute sogar das Spiel durchspielen, mal schauen. Ja, mal gucken, wie uns der Weg hinführt. Weit sind wir ja, wir sind auf der letzten Insel und ja. So, ab geht er. Hier sind wir stehen geblieben, okay. Okay, Feinde haben wir fast alle besiegt. Wir brauchen nur noch ein paar Roborra, um weiterzumachen. Ansonsten, ähm, erstmal wieder schön einebnen, wo wir es können. Da, da nicht. Hier hinten geht noch ein bisschen was. Ne, auch nicht. Okay, dann haben wir ja soweit alles. Dort ist noch was. Schau an, schau an. Ähm, da wäre noch ein Schniepsel und da wäre noch einer. So, gut. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Ähm, da, da. Wo ist der Bau von denen? Ja, keine Ahnung. Cool. Naja. So, wir haben auf jeden Fall Kühe für Milch. Gut. Wir brauchen Kupferblock. Kupferblock. Da, der sollte vielleicht mal hergestellt werden. Tiere haben, wir Schafe und Kühe. Ich glaube, mehr können wir auf der grünen Fläche hier auch gerade nicht machen. Mehr freigespielt haben wir ja im Grunde auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man den Rest alles freigespielt. Wir fangen mal an. Wir bauen heute einfach mal eine Fabrik. Was auch immer die alles benötigt. Ich denke mal, das werden wir mal haben. Kupferblock und Baustein. Ja, das haben wir. Wollen wir mal schauen, wie das ist, wenn wir das automatisieren. Und ihr kommt mit. Und zwar einmal da rüber. Ich habe immer noch zu wenig Haus. Ja, ich brauche noch Scheunen. Vier Stück. Wow. Habe ich die nicht irgendwo schon gebaut? Gut. Nö. Oh. Okay. Dann Scheune Nummer 1. Scheune Nummer 2. Da passt keine hin. Scheune Nummer 3. Und dann machen wir hier die vierte noch hin. So. Na, hier, komm. Macht mal ein bisschen schneller. Keine Ahnung, was liegt. Ach, das sind die Holzbretter für die Scheune. Ah. Errungenschaft freigeschaltet. Automatisierung. Was können wir jetzt hier herstellen? Kupferdraht. Energie 0. Bla, bla, bla. Okay. Hier. Wie funktioniert das mit der Automatisierung? Laufband. Für Tiere. Alles klar. So wird Strom hier produziert. Geil. Ist das geil. Wir machen mal ganz kurz das hier. Wir lassen mal ein bisschen Platz dazwischen, würde ich sagen. So. Genug Strom produzieren hier. Äh. Was brauchen denn die Teile? Holzbrett und Kupferblock. Aber Kupferblock haben wir doch nicht mehr. Nehmen wir mal die raus und lassen nur den Kupferblock drin. Tiere und Kulöse nutzen, um das Laufband und Strom für Maschinen zu erzeugen. Okay. Aber wie... Wie funktioniert das mit den Fließbändern? Und hier war ja noch ein Eingang dazu. So. Die brauchen auf jeden Fall erstmal Strom. Hmm. Äh. Sch. 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 Okay. Hier hinten wird einfach weiter alles weggemacht. Das ist... Ja. Sehr gut. Das ist sehr gut. So. Ich möchte jetzt gern das hier automatisiert haben. Um diverse Sachen herzustellen. Muss ich hier vorne eventuell noch ein Lager ranbauen? Nee. Ah, jetzt haben wir Stroh. Ah. Jetzt haben wir tatsächlich schon noch mal Strom. Dann. Die wollen dekorative Steine hier haben. Ernsthaft. Aber wie funktioniert das mit der Automatisierung? Ähm. Ach, die sammeln sich dort. Okay. 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 Ähm. Hier. Lagerfeuer. Einmal da hin. Einmal da hin. Hier oben wird nämlich bestimmt noch irgendwas kommen. Es braucht wirklich noch ein Lager. Ähm. So. Das von da nach da. Ey. Das da hin. Das da hin. Das da hin. Das da hin. Ja. Dann wollen wir doch mal lunzen. Ob das klappt oder nicht. Äh, dort noch ein Feuerle hin, äh, da nochmal inzünden und dann sind wir ja so gut wie hier an der Grenze, genau, wo dann nur noch die feindlichen Mobs kommen. Ähm, 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 ähm. Ja, genau. Speckt man ein bisschen ab hier. Und du, stell doch jetzt endlich mal den Kupfer her. Kann doch nicht so schwer sein. Äh, die Pause. Das pausieren wir mal. Die brauchen wir jetzt gerade überhaupt nicht. Mh, Holzgriff kann erst einmal weg. Steinblock und Steinrollen. Gut, das können wir auch erst einmal pausieren. Äh, düt, 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 düt. Fließbandteile. Äh, ne, da haben wir ja hier noch welche. Aber veredeltes Holztelk kann noch hergestellt werden. Das werden wir bestimmt noch brauchen. Äh, ich muss mal ganz kurz genau das, das und das. Meer kommt auch noch mit hier hoch und dann erkunden wir mal den Rest der Map. Ah, okay, hier oben ist tatsächlich nix mehr. Ja, dann könnt ihr auch hier unten verweilen. So, dann machen wir jetzt noch einmal hier ein Feuerle hin. Und ich würde sagen, hier noch eins und dann sind wir hier auch schon am Ende. Äh, äh... Zeppelin-Dingsbums wollen die haben. Zeppelin-Dings. Äh, düt, 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 düt. Die pausieren wir auch erst einmal ganz kurz. Braucht Holzkohle. Äh, Holzkohle haben wir aber. So, dann kommt mal mit. Hier oben sind noch ein paar Gegner. Was ist das denn? Verlassene Bäckerei. Da ist der Bau. Hm, da kommen die Nächsten an. Jo, wir haben mal wieder was freigeschalten. Jetzt kommen die Restlichen. Nice. Komm, die schaffen wir doch easy. Die schaffen wir doch easy. Und da haben wir die ganze Map befreit. Nice. Äh, wo bringe ich euch denn jetzt mal unter? Ach, hier kommt. Fahrt mal da hin. Äh, hier ganz kurz. Einebnen. Einebnen. Obwohl ich da bestimmt nie was bauen werde. Ah, hier oben noch. Und der Rest muss jetzt wieder frei gemacht werden. Ja, dann gehört die Map wenigstens komplett uns. Ah, da einmal. Das hier, hatten wir das hier schon eingeebnet? Ja. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber okay. Ne, das ist und enthalpy will. Mich soll's nicht stören. Äh, expert. How much away. So, das ist Schien verlegen. Ich habe keine Züge. Einmal das hier, das werden wir mal da hinzimmern. So, dann kommt das da hin und das andere werden wir nach hier hinten verlagern. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber... Ja, da hin. So, ähm, genau. Oh, nein. 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 Warum macht der nix mehr an? Okay, ich weiß warum Wow So, dann machen wir gleich noch den Rest der Insel zu unserem Eigentum Das hört dort auf Das heißt, ja, da muss auch noch eine hin Dann ist das alles unser Eigentum Passt, wackelt und hat Luft Dann könnten wir jetzt hier weitermachen Jetzt stell doch mal Kupferblöcke bitte her Die werden nämlich benötigt Können wir die hier upgraden Braucht modernes Bauteil Das stellt dann aber das Ding her Stahlträger veredeltes Holzteil Warum kann ich immer nur eins anklicken Das ist ja kacke Stahlträger, wo stellt man den denn her? Ja, bitteschön Was sind Schienen? Ähm, wo stellt man bitteschön den Stahlträger her? Ähm Ähm Jetzt bin ich gerade extremst überfragt Jetzt bin ich gerade wirklich überfragt Ähm Stahlträger Wo stellt man den her? Wo stellt man den her? Ach, das sieht man ja hier so wunderschön Das ist toll Ich kann gar keinen Stahlträger herstellen Hä? Äh Okay Da fehlt mir noch irgendwas zum Freispielen Das ist ein bisschen creepy Das ist ein bisschen creepy Sag mal, hab ich jetzt den Weg ausgewählt? Ja So Ähm Als nächstes Brauche ich... Oh, was haben wir denn hier? Oh Bewässerung Felder Ja, das war's Mehr brauchen wir erst mal nicht Kartoffeln und sowas wird dann hier oben angepflanzt Ja, das bewässert jetzt Nice 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 Aber irgendwie kommt die Bäckerei nicht hinterher Ich hab so viel Weizen Aber... Ich will nix machen Warum? Hm Bier und Tee Gerste Was haben wir hier? Ich kann nicht mal Gerste herstellen Hä? Okay Braucht Tee Mini-Golfplatz Ja Schön Habe ich schon mittlerweile eine Molkerei? Bitte Natürlich Haben wir die nicht So Dann würde ich sagen Wir bauen hier nochmal ein fettes Lager hin Aber vorher müssen wir ein bisschen was wegholzen Hm Ich würde sagen Das alles weg Und dann kommt da nämlich das Lager hin Genau Das heißt das Lager fängt dann hier an und geht bis hier runter So Und dann hier so hin Und dann hier so hin Genau 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 Seh Genau Sinn Er Seh sort S созн S sperm Les Na gut, die sollen das erstmal wegmachen. Eieieie, ach ne doch, da ist ein Blut drin, ok, Wasser haben wir auch, ok, Neues zum Bauen ist nicht freigeschalten, schade eigentlich. Lager. So. Ja, gut, das kann sogar noch größer gemacht werden. Ich hätte das hier hinten alles ins Lager machen können. So. Ähm, hier passt nur auf, alle Güter akzeptieren und das Lager geht dann. Da hin, 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 hab ich irgendwas ausgelassen? Äh, nö. Gut. Gut, gut, gut. Ähm, irgendwo, ne, hat man nicht. Das heißt, wir werden jetzt wieder so ein Pferdedingsbums bauen. Das hier. Äh, wir bauen das 3x3. So. Das machen wir weg. Oh, hier muss einiges abgeholzt werden noch. Hier muss noch einiges abgeholzt werden. So, und, äh, Pferdedings. Hallo? Äh, wo ist es denn? Da. Hä? Was ist denn das da jetzt, äh? Äh, jetzt nochmal Pferdedings. Da hin. So. 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 So, so. Und das. Zudem. Das kann da hin. Sehr schön. Und das letzte Stück Lagerplatz. Noch ausgerämmert. Ähm. Ja. Jetzt brauchen wir hier einfach noch eine schöne Scheißverbindung. Äh. So. Äh. Und dann müsste man eigentlich das hier so richtig schön verbinden können. Äh. 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 Das machen wir nochmal so. So. Genau. Das hier kriegt auch nochmal, ne das kriegt kein kleines Lager. Das hier mit der Automatisierung verstehe ich halt einfach mal null. Kann ich das hier nicht irgendwie so weg machen? Ne. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Äh. Ähm. Aber wir können den Weg weiter bauen. Der geht dann hier weiter. Und da lang. Wir werden das Lager auf jeden Fall größer bauen müssen. Da werden wir nicht drum rum kommen. Da werden wir leider nicht drum rum kommen. Ne geht nicht. Schade. Ne. So. Schade, schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Jetzt war eigentlich hier so ein Zugideal. So, das können wir auch weg machen. Das brauchen wir da unten tatsächlich auch nicht. Dafür haben wir jetzt die Pferde. Hier unten sehe ich tatsächlich noch ein Fleckchen zum Einhebnen. Wie lange braucht denn der für den Stein? Kann doch nicht so schwer sein. Äh. Neues Zuhause. Errungenschaft freigeschalten. Ja. Und wenn die endlich mal angefangen haben, hier alles wegzumachen, dann könnte man ja uns so ein paar neue Fressalienfelder anlegen. Kann ja sowieso mal gucken, ne. Hier kriege ich nur Baumwolle hin. Äh. Hier bekomme ich tatsächlich gar nichts hin. Hier bekomme ich auch nichts hin. Da bekomme ich Kakaobaum und Kaobaum hin. Okay. Und wo kriege ich die Kartoffeln her? Meist, Weizen, Gerste. Okay. Okay. Wenn Gerste dort wächst. Und die Brauerei Gerste will. Dann kriegen wir doch das auch noch gebacken. Okay. Endlich. Der Stein ist weg. Das Lager akzeptiert alles. Das ist sehr gut. Ähm. Eisenblock. Eisenblöcke. Hammer. Das ist auch sehr gut. So. Ich verstehe diese Fließbände einfach nicht. Ich verstehe diese Fließbände einfach nicht. Gerstenfeld. So. Ähm. Gerstenfeld. So. Ähm. Machen wir das so und so. Ähm. Gerste kommt dann da rein und das geht ja sowieso in die Brauerei. Das passt sehr gut. Das passt alles super. Meist hatten wir noch. Und Meist haben wir auch noch nicht angebaut. Müssen wir auch mal schauen, wo wir das machen. Da müssen wir doch mal schauen. Aber die haben jetzt erst mal zu tun. Müssen wir tatsächlich auf ein bisschen als eine avecінetin. Dann. Du kannst da kommen. Woh! Da geht rum. Jo? Joö! 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 Ja! Joö! Joö! Joö went Louise Haydałum! J억 Joö! Joö�을! Joö! Was' up? Ich muss ein bisschen Zeug loswerden. Das von hier kann tatsächlich auch in das Lager rein. Ah, ne, da wird nichts gemacht. Wie die hier alle lang rennen. So, 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 alles ausgewählt, schön. Genau, 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 was brauchen wir denn noch? Holz, Teig, Kupferblock, Eisenblock. Kupferblock, Hammer, Eisenblock, Hammer. Holz, Teile haben wir nicht. Dann würde ich mal vorschlagen, bringt mir davon ein bisschen was weg, bitte. Stopp mal. Das ist doch allgemein mein großes Lager. Das ist doch allgemein mein großes Lager. Ah, okay. So, machen wir das jetzt erstmal weg. Ähm, für die Holzteile brauchst du Steinblock, Weizenmündel, Holzbrett. Ja gut, das kriegt man alles hin. Und dann... Yo, jetzt müsste hier auch wieder ein bisschen Platz sein, sehr schön. Ich habe immer noch das ausgewählt. Ich habe immer noch das ausgewählt. Was heißt, zu viel Waden akzeptiert? Ansonsten dürfte jetzt nichts weiter drin sein. Den macht man doch nicht da drin. So, haben wir hier wieder überall ein bisschen Platz. Die holzen alles noch ab. Gut. So. Oh, 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 oh. Oh. Sollte ich hier vielleicht nochmal einen Brunnen hinbauen? Ach komm, sicher ist sicher. Da hin, da hin. Warum bringen die das in das und nicht in das Lager? Ja, das ist doch viel näher dran. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt machen die mir hier nämlich wieder alles voll, was ich eigentlich gar nicht wollte. Das ist scheiße gerade. Das ist scheiße gerade. Okay. Irgendwie will das alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Schlechtes Haus. Du willst mich doch verarschen. Sag mir, wie ich an fucking Stahlträger komme. Schlechtes Haus. 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 Ich verstehe das nicht, das spießt mir zu hoch. Warum ich das jetzt schon halbe Ewigkeit spiele? Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe 29 Obdachlose. Holy Shit, wie ist das denn zustande gekommen? Der Hungerschaft freigeschalten, einem geschenkten Gaul. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Na gut, solange die jetzt nochmal hier arbeiten und was tun. Und ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen was angeben, was die alles wegmachen sollen. Im Grunde eigentlich alles. Das hier auf jeden Fall alles. Und das alles. Und das einmal alles. Äh, warum hat der das jetzt hier nicht akzeptiert? So, solange die das wegmachen, ich hoffe, dass sie es wegmachen, mach ich meine standardgemäße 5 Minuten Pause. Äh, ach kommt, hier macht einfach alles weg. Ist ja jetzt drauf geschissen, egal wie lange das dauert. Und wir sehen uns oder hören uns gleich wieder. Und wir sehen uns oder hören uns gleich wieder. Nach meiner kurzen Raucherpause. Raucherpause. Bis zum nächsten Mal.